Was ist das? Mein Bauch. Ja. Der Bauch. Wiederhole. Der Bauch. Was ist das? Die Hand. Ja. Die Hand. Weiter. Der Fuß. Richtig. Klick. Das. Das Ohr. Das Ohr. Ja. Das Auge. Das Auge. Wiederhole. Das Auge. Ja. Der Rücken. Ja. Der Rücken. Die Zähne. Die Zähne. Das Knie. Das Knie. Der Hals. Der Schulter. Sehr gut. Wo tut dir weh? Mein Hand tut weh. Ja. Noch einmal. Meine Hand tut mir weh. Meine Hand tut mir weh. Ja. Der Bauch. Der Bauch tut dir weh. Wiederhole, bitte. Ja. Der Bauch tut dir weh. Tut mir weh. Der Bauch tut mir weh. Meine. 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 Zähne. Tut mir weh. Tut mir weh. Tut mir weh. Oder Zahn tut mir weh. Oder meine Zähne tun mir weh. Oh je. Das ist doch schon der Hals. Ja. Komplizierter. Ja. Komplizierter. Wie? Doktor. Mein Hand tut weh. Oh. Doktor. Mein Fuß tut weh. Oh. Dein Fuß tut dir weh. Was ist das? Die Haare. Die Haare. Die Haare. Ja. Sehr gut. A. Dein Monster hat wie viele Ohren? Drei. Drei Ohren. Weiter. Sechs Augen. Oh. Sechs Augen. Sechs Augen. Sechs Augen. Zwei. Drei. Das ist dein Monster. Sechs Augen. Weiter. Und kurzes schwarzes Haar. Ah. Kurzes schwarzes Haar. Das kannst du. Ja. Ja. Schwarzes Haar. Was ist das, Luka? Vier Arme. Vier Arme hat dein Monster. Oh Gott. Das ist so fünf. Vier. Vier. Auf drei. Drei. Drei Beine. Drei Beine. Gut. Dann malen wir drei Beine. Zwei. Drei. So. Jetzt vier Arme. Ja? Vier Arme. Vier Arme. Lesen wir weiter. Vier Hand. Was ist das? Vier Hand. Ah. Vier Hände dann. Wie viele Finger hat dein Monster? Zwölf. Oh. Zwölf Finger hat dein Monster. Oh. So viel. Wie heißt dein Monster? Pokus. Wie heißt dein Monster? Pokus. Sag. Mein Monster heißt Pokus. Pokus. Ja. Verfügung. Auto ist. Komm. ğimiz 160ER. Vielen Dank.